Ja, wir sind wieder bei Thest's Creed Black Flag und wir sollen dieses Vorher hier heute infiltrieren. Das heißt, wir sollen alle Feinde töten und dies übernehmen. Das machen wir heute. So, gucken wir mal, was wir da so haben. Ich vergesse, dass es da oben immer steht. Die krieg ich schon hin. Die Frage ist, was ist das? Also blau ist ja wahrscheinlich mögliche Helfer. Ja, das war natürlich total toll. Da oben ist das hier. Oder? Tschüss. Jetzt haben sie es noch nicht geschnitten. Na, wahrgenommen. um So, sind die Typen jetzt hier vorne? Ne, die lassen wir noch. Wo ist denn der? Da, lieber Läufer. Läuft da. Da, lieber Läufer. Jetzt habe ich es geschafft. Den Kriegsraum erreichen. Ich würde ihn jetzt mal kurz auf die Feinde nehmen, schnell. Wir sollen ja eigentlich jetzt gerade mehr oder weniger... Wir haben sie eigentlich schon geschlagen. Ich bin... Ich bin... Ich bin... wir töten sie gerade komplett weil sie haben uns ja auch alles was wir jetzt töten nervt uns dann später nicht noch mal also alles was wir jetzt haben ist super so einer noch da ist noch einer doch fertig da ist doch immer einer oder da oben ist doch einer so alle gegner tot wir haben ruhe ich nehme in die kiste bestellen auch noch einer ganz fleißig das ist hier unten oder was da unten gibt es da unten ist es schon ich sehe es schon drei tortuga einer von zwei kisten keine sorge wir haben fast alles weg an gegnern dabei noch zwei links zwei kisten hier ist noch eine kiste hier sind die glauben auf dem kran so an die muss fragt man etwa 1 wenn wir schon mal hier sind wie gesagt wir haben ja gerade das gebiet komplett auseinander genommen ich habe auch nicht gedacht das was tatsächlich gefühlt beim ersten mal sogar schaffen wir haben es beim ersten mal dass er geschafft nein 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 du willst uns eigentlich da oben egal alles gut passt jetzt ist auf dem kran da oben so fragment fragment ich habe ich da nicht hoch jetzt mal ja da habe ich zumindest jetzt So, wieder hoch. Klettern. Keine Sorge, ich weiß, wo ich langen muss. Aber ich weiß auch, was ich noch zu tun habe. Oder was ich für mich noch zu tun habe. So, dann nehmen wir kurz eben hier die die tolle Kiste mit. Warte mal. Ich habe mich hier ein bisschen versteckt. Richtig öffnet. 2 von 2 Truhe. Und jetzt gehen wir zum Kriegsraum. Jetzt nehmen wir Tabakdose und noch irgendwas. Ah, das vor. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das Ding da und kriegen. Ja, kann man jetzt alles mitnehmen. Wir machen mal die Tür auf. Weg mit der spanischen, hoch mit der Piratenflagge. Das große Vorher, der Spanier ist unter. Aber das ist eines von sehr, sehr vielen. Und Dry Tortuga hat noch ein bisschen mehr zu bieten. Wie ihr gerade seht, das plop, 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 plop. Alles. Aber was haben wir denn hier überhaupt? Legendäres Schiff. Oh, das ist ein legendäres Schiff. Aber das möchte ich jetzt gerade noch nicht angehen. Also ihr seht, wir haben sehr, sehr viel hier alleine auf den Dry Tortuga zu tun. Ihr seht, was da für Fours rumrennen sind noch. Ähm, das ist jetzt hier, was ist das? Serania. Was ist das? Kingston. Da war es da. Also, ihr seht, wir haben ein bisschen was vor. Noch, definitiv. Das so gemacht werden muss. So, okay, Bank ist das. Okay. Wir sind jetzt in der Karibik. Und haben sehr, sehr viel vor. Das wäre mal so step by step. Was haben wir hier noch? Also, Fakt ist, wir haben auf jeden Fall diese Insel hier fertig. Mehr oder weniger schon. Das ist nur der eine Teil. Hier ist noch ein Marineauftrag, das wir machen müssen. Das vorher haben wir, wie gesagt, und dann haben wir Inseln, Inseln, Inseln. Ne? Ja, also, wir haben ein bisschen was vor. So, Upgrade auf über. Okay, das ist der private Gleichschutz. Das machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Und dann freue ich mich, wenn ich wieder einschalten würde. Hier bei Let's Play ist das Spiel gleich weg, wenn ich jetzt zu dem Typen noch was rede. Willst du die Wache loswerden, mein Freund? Wollt ihr euch in Darmokonelgo? Weitere oder was? Warum greift die mich jetzt gerade an? Ach so, ich brauche. Ich kann mir verkaufen. Äh, alles verkaufen? Ja, so viel. Aber egal, Zucker. Bisschen Zucker, ja. Bisschen rum. Und dafür bezahlen wir dann die Reparatur der Jagdor. Bisschen da los jetzt gerade da draußen? Das gilt aber gerade nicht uns, oder? Doch, das ist unser vor. Also wir haben das Ding. Wir haben jetzt das vor. Geht jetzt uns. Und tatsächlich wird da jetzt mehr oder weniger... Lass ruhig, lass ruhig. Lass uns das angreifen. So, wenn der jetzt clever ist, lässt er sich... Gehst du jetzt mit dem nächsten Spann auf drauf? Jawohl. Tschüss. Gut, okay. Wenn wir die Karierbecker oberen müssen, müssen wir jetzt also jetzt uns als erstes die Forst greifen. Gut. Ja, dann ist das so. Ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall viel, viel zur Arbeit sein. Wie viele Wolken wissen wir noch nicht. Kann dauern. 10, 20, 30? I don't know. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder. Ich freue mich, wenn ihr anschauen würdet. Hier bei Let's Play Assassin's Creed 4 Blackflake. Wir sehen uns dann auf jeden Fall wieder.